Katalog Nummer 331, Wilcor SD Marbella Red, eine Demello-Tochter aus einer 86-Punkte-Talentferse mit fast 360 Eiweiß in der ersten Daktation. Sie war Junior Champion auf der Swiss Expo. Und dann kommt Rubens Mabel, die bekannte 93-Punkte-Kuh in der nächsten Generation. Allesamt gehen auf die bekannte Memo zurück. Und dieses Kalb ist mit RZE 135 genomisch das höchste in der Auktion. Lot Nummer 331, Wilcor SD Marbella Red. Sie ist die Demello-Tochter von der former Junior Champion auf der Swiss Expo. An 86-Punkte-Talent in der ersten Daktation mit fast 3.6 Protein. Und dann die well-known Rubens Mabel-Kuh 93-Punkte-Excellent in der nächsten Generation. This Kaff ist well above parent average für genomics und mit RZE 135 confirmationen auf der deutschen Base, die höchste in der wholesale. Untertitelung des ZDF für funk, 2017